Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Pyron und ich zeige euch heute meine Magierin. Das Update von meiner Magierin. Meine Magierin hat sich ein bisschen verändert, ja, die ist jetzt ein bisschen höher. Das letzte Update von meiner Magierin kam im Mai. Auch schon ein bisschen was her mittlerweile. Ja, auf welchem Level waren die da? 13,70. Okay, da hat sich einiges getan. Ihr habt ja wahrscheinlich im Upgrade-Video gesehen, dass ich die auf 14,30 gezogen habe. Die ist jetzt mittlerweile auf 14,35. Auf dem Weg zu 14,45. Das wird sich später ändern. Also da wird sich später nochmal was tun, aber ich wollte euch jetzt mal das Update zeigen. Ich habe davor, habe ich die Mage, also ich liebe die Mage, die macht unendlich viel Spaß. Ist immer noch einer meiner Main-Charakter, ja, einer meiner sechs Hauptcharaktere, die ich spiele. Die macht unendlich viel Spaß, nur habe ich mein Skill-Bit geändert. Was mich an meiner Mage gestört hat, ist, ich hatte 69% Crit-Rate und die hat super viel nicht gecrittet. Und das hat mich super genervt, weil dadurch super viel Schaden flöten gegangen ist, ja. Ich habe jetzt mein Skill-Bit geändert. Ihr merkt schon, ich bin deutlich langsamer. Normalerweise bin ich kein Fan von solchen Builds, aber bei ihr macht das schon Sinn, weil ich auf Range spiele und so weiter und so fort. Ich spiele jetzt eine Crit-Mage, eine Caster-Mage, ja. Die macht unendlich viel Spaß. Ich zeige euch mal kurz die Stats. Wir spielen immer noch Crit-Karten-Set. Wir spielen... Gems haben sich immer noch nicht geändert. Ich muss da immer noch dran arbeiten, aber aktuell habe ich da keinen Bock oder keine Zeit für. Und die Gems, die ich jetzt gerade habe, weil sie nur ein Twink ist, der Vykes-Normal-Mode läuft und Walter-Normal-Mode, reicht das hier vollkommen aus, ja. Es ändern sich noch so ein paar Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier noch die Seraphic Hail drin. Das werde ich auf jeden Fall austauschen, ja. Äh, Seraphic Hail bleibt hier auf jeden Fall nicht drin, weil ich den nicht mehr benutze. Äh, Eisschauer wird rausgenommen, weil ich, ähm, Dinge Squall nehme, also diesen Windstoß nehme. Äh, und dann werden wahrscheinlich... Also der hier wird auf jeden Fall rausgenommen und da haue ich dann den Damage-Jam hierfür rein. Und dann mal schauen, ja. Äh, Overall sieht es so aus. Ich habe jetzt ganz knapp 2100 Stat-Points, ja. So ein bisschen mehr als 2100 Stat-Points. Womit ich zufrieden bin, ist absolut nice. Äh, die Quality meiner Sachen ist okay. Ich habe hier zwar niedrige Quality unter 60%, aber ich habe 489, äh, Crit bekommen. Was sehr, sehr nice ist. Ich könnte einen besseren bekommen. Ähm, der war aber zu dem Zeitpunkt, als ich den habe, also als ich sie geändert habe, nicht den Markt. Ja, ich habe für all das, was ich hier besitze jetzt gerade, habe ich, äh, ich glaube 25.000 Gold gezahlt. Für die Werte und für diese Stats, was insane ist. Ähm, ich habe einen 8, weil ich Glück habe, einen 8, 7er gerollt zu haben, ja. Äh, kann ich 4er Hitmaster spielen. Äh, warte, wo ist der? Hier, 4er Hitmaster, was halt super viel Gold gespart hat. Reflux 3 und 4er Hitmaster ist so viel günstiger gewesen. Also insane viel, ich habe, glaube ich, 20k Gold oder so gespart. Äh, was sehr, sehr nice ist. Ähm, Gems habt ihr gesehen. Meine Engravings sehen so aktuell aus. Ich spiele Groll, ich spiele Hitmaster, All Out Attack, ja. Ja, also, Groll, Meister des Schlags, äh, Totalangriff und präziser Durch. In Kombination mit Reflux, ja, Rückfluss. Äh, Rückfluss wird voll, sobald ich, äh, der zeigt das nicht an. Normalerweise bin ich bei 12, ja. Ich habe 12er Rückfluss. Ich habe das hier auf 9 und auf dem Earring habe ich 3, sind 12, ja. Ähm, sobald Rückfluss auf 12 gelesen ist, äh, bin ich hier voll und dann bin ich 5, 5 ohne negative Gravur, was sehr, sehr nice ist. Ähm, die Makierin wird, äh, Albtraumblüte fahren, wo ich auch mega Bock drauf habe, sobald ihr das Albtraumblüte-Set hat, wird die noch mehr reinschallern. Aktuell bin ich bei einer Crit Rate von, äh, 86%. Ich trage aber noch das Crit Damage Set, ja, das Crit Rate Set, ähm, was nochmal 25% gibt. Also, ich critte zu 100%, wenn das voll gestackt ist, ja. Wir müssen kurz warten. Dauert einen kleinen Moment, bla bla. Kurz warten. So, jetzt progt, äh, Midnight, äh, Midday. So, und jetzt sind wir bei, äh, 100% Crit Rate. Wir können nicht höher als 100% gehen, ja. Wir sind genau bei 100%, äh, was sehr, sehr nice ist. Weil sie crittet halt, ähm, dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. 100% heißt nicht 100%, weil der Boss doch Crit Resistance hat, aber damit ihr Bescheid wisst, ja. Ähm, bei mir haben sich natürlich die Skills und der Playstyle ein bisschen geändert. Mir fehlt Cooldown, also ich brauche auf jeden Fall Cooldown Gems, äh, damit ich ein bisschen mehr Spammen kann. Ja, mir fehlt das Spammen, aber der Damage ist halt deutlich nicer. Ich habe davor, äh, wenn ich Glück hatte, 4 Mio Schaden gemacht, ja. Jetzt mache ich im Durchschnitt sowieso 4 Mio Schaden. Ähm, also ich habe, ich habe ein bisschen mehr Damage dazu bekommen. Ähm, meine Sachen haben deutlich mehr Bums, gerade wenn ich einen Supporter dabei habe. Ich habe hier Quick Recharge drauf, weil ich die relativ häufig habe, äh, abhabe. Und wenn der dann resettet, der ist gerade kurz resettet, äh, das ist sehr, sehr nice, ja. Weil ich setze vor meinen Skills, setze ich den hier immer ein, damit wir den Debuff drauf haben. Und wenn der dann, äh, Cooldown Reduction gibt, absolut insane, ja. So, jetzt setzen wir den ein, gucken, hoffen natürlich, dass, äh, dass der rockt. Tut er aktuell nicht. Wir setzen ihn nochmal ein. Und da habt ihr kurz gesehen, wir haben, äh, Cooldown dazubekommen, was halt insane ist. Oh. Also der Schaden, ihr müsst bedenken, ich habe bei dem den Tripod, den mittleren Tripod ausgetauscht, ja. Dadurch fehlt mir Schaden. Ich habe bei dem noch gar keinen Tripod drinnen. Die sind alle noch auf 1. Ja, und hier musste ich auch noch dran arbeiten. Wenn die bessere Tripods haben, hielten die noch ein bisschen härter, was sehr, sehr nice ist. Und das Geile ist, bei dem hier, er crittert halt die ganze Zeit. Wenn ihr da noch einen Attack Buff drauf habt, äh, eine Dark Bomb drauf habt, absolut insane. Also es macht super viel Spaß. Ähm, ich bin super happy. Die Klasse macht immer noch insane viel Spaß. Ich laufe mit der, äh, also mit, die macht, so wie die jetzt ist, macht die den Argos Bus Part alleine. Ohne Probleme. Also ich mache den Dino zum Beispiel bei unserem Argos Bus am Freitag immer. Äh, und gar kein Problem. Also gar kein Problem. Dauert minimal, minimal etwas, äh, weil ich noch kein Relic habe. Aber wenn die 14, und das ist das Ziel am 21. diesen Monat, äh, also am 21.09. Ähm, wenn die auf 14,45 geht, das sind noch, äh, 4 Tabs. Ähm, 2 gehen auf die Waffe. Die Waffe sollte auf 19, vielleicht sogar auf 20, vielleicht mache ich sogar 3 Tabs auf die Waffe. Und dann, äh, etwas auf Handschuhe oder so. Wenn die 14,45 ist und das Set komplett hat, ja, wir farmen schon die ganze Zeit für, für das Set. Ähm, ich bin noch nicht, äh, Waltern und so, Walke ist so gelaufen. Äh, wenn die fertig ist, dann, ja, dann haut die richtig rein. Ich hoffe, dann eine gute Waffen-Quali zu bekommen, äh, irgendwas, das mir so 20% gibt, 20% mehr Schaden, also 9% mehr als jetzt. Äh, das würde auf jeden Fall gut schallern. Da habe ich richtig Bock drauf. Äh, ich werde euch das Skillbild, ja, also, ähm, unten wieder in die Videobeschreibung packen. Ich hoffe, ich denke diesmal dran, aber ich denke schon. Ähm, wir gehen den jetzt einmal ganz kurz durch, ja, es hat sich nicht viel getan. Ich spiele immer noch Blaze, äh, mit, äh, Damage Amplification und ich spiele mit Doppelcast, ja, weil ich unbedingt diese Cooldown Reduction haben möchte von dem Quick Recharge. Je öfter ich es einsetzen kann, desto öfter, äh, habe ich die Möglichkeit, dass das progt, ja. Zudem spiele ich Rhyme Error, immer noch, ja. Äh, wir spielen mit Quick Prep, also Cooldown Reduction, relativ simpel. Wir spielen mit, ähm, mit, äh, Piercing Strike, äh, äh, ignoriert 71% der Defense aktuell bei mir, was halt insane gut ist. Und dann spielen wir mit Ice Pick, äh, die Icicle bekommt sharper, causing Outgoing Damage plus 77%, also wir erhöhen einfach den Schaden, ja. Ähm, dann spielen wir Esoteric Reaction, also esoterischer Kristall, ja, ähm, wir spielen wieder mit Quick Prep, wir wollen Cooldown so niedrig wie möglich haben. Wir spielen Final Strike und das ist das Wichtigste, finaler Schlag ist für uns das mit Abstand Wichtigste, diese Tripods wollt ihr auch oben haben. Wir spielen Full Crit Rate, dadurch Crit Damage Tripods, absolut insane. Ähm, Stabilized Crystal, damit der einfach die, direkt auf den dritten, auf dem dritten Level ist und nicht erst hochprockt, ja, äh, ganz, ganz wichtig. Dann spielen wir Frost Call, äh, Frost Call mit, ähm, wir wollen weniger Mana bezahlen, weil Mana Kosten sind sehr, sehr hoch, 600 oder so. Äh, 569, also wollen wir 50%, fast 60% des Manas sparen. Ähm, wir spielen mit, äh, Chargers to Point in Normal Mode, äh, genau, das ist nicht mehr, also es regnet nicht von oben herab, sondern ihr habt einfach so eine Kugel, die platzt dann irgendwann und macht Schaden, ja. Und Final Strike, den muss ich noch höher kriegen, der ist noch auf 3, aber der will aktuell einfach nicht. Ich hab, glaub ich, schon 10 Versuche oder so, der will immer noch nicht. Ähm, Final Strike, weil wir, wie gesagt, wir machen Crit Rate, Crit Damage, boom, boom, ne. Äh, Spawn hab ich, äh, einfach mein Counter, ganz normal, Quick Prep, der muss noch hochgehauen werden, hab ich jetzt aktuell nicht, ja. Wir hauen den rein, äh, der hat eine gute Range, gute Cooldown, passt eigentlich. So, wenn der auf Max ist, gibt der uns, glaub ich, 5% Cooldown Reduction ungefähr, Pi mal Daumen, äh, was sehr, sehr nice ist, der hat relativ wenig Cooldown. Ähm, 5 Sekunden gibt er uns wieder, dann sind wir auf 9 Sekunden. Mit der Cooldown Reduction, die wir so noch haben, sehr, sehr nice, ja. Ähm, dann spiel ich Explosion, den hab ich jetzt neu drin, ja, deswegen ist alles noch auf Level 1. Wir spielen mit Mind Enhancement, äh, wir wollen weniger Mana zahlen. Ja, Ignite macht keinen Sinn, wir wollen die nicht entzünden, auch wenn der Damage ein bisschen hochgehen würde. Und gegen kleine Gegner, absolut irrelevant. Ähm, Mind Enhancement, sehr, sehr nice, wir wollen weniger Mana zahlen, weil der, glaub ich, bei 600 ist oder so. 614, was halt schon insane ist. Ähm, Weak Point, wir wollen mehr Schaden gegen Pushy Moon Foes machen. Ähm, Pushy Moon Foes bedeutet Bosse, die können wir nicht zurückdrängen, die werden nicht, äh, die werden nicht zurückgeschubst von unseren Skills, deswegen machen wir da mehr Schaden. Und wir spielen Final Strike natürlich, weil Crit, gleich Crit Damage, mehr Bums, ne, ganz simpel. Dann spielen wir Doomsday, Doomsday kennt ihr schon, hab ich jetzt schon ganz lange drin, aber ich spiel wieder Mana Kostenreduzierung. Wir spielen, ähm, ich sehe ganz, ganz viele, die das hier spielen, Flame Area, ja. Äh, ich, der, der fliegt viel, viel schneller auf den Boden, was sehr, 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 sehr cool ist. Ich glaube, deswegen nimmt man das, aber der Damage ist reduziert. Also, er fällt viel, viel schneller, ja, aber ich zeige euch das mal im Training Scrum. Ähm, der Damage ist aber deutlich niedriger. Also, man merkt richtig, wie der Damage niedriger ist. Äh, ich sammle mal eben kurz, äh, Boss Monster, zack. Ich schreibe mal eben ganz kurz, äh, Reset Cooldown, ja, ihr macht den hier. Okay, er critet natürlich jetzt nicht, das war super nice, dankeschön, Spiel. So, er macht 3,7, ja. Hat 20 Sekunden Cooldown ungefähr, ne, 3,7. Wir gucken nochmal, cool. 3,8 bei 22 Sekunden Cooldown, ja. So, ähm, wir Resetten. Ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht ändern, das ist super nervig. Äh, ah, ne, warte. Wo ist denn hier Mr., äh, bitte nur die, die ich ausgewählt habe. So, bei dem nehmen wir jetzt den, ja. Kann ich nicht saven? Warte mal, warum kann ich den nicht, warum wechselt der nicht? Hat er den jetzt drin? Nein, hat er nicht. Warte mal, bin ich blöd? Äh, nicht antworten. Chat, ich habe das neue System noch nicht ausgewählt. So, ich wechsle von hier. Also, ich bin von hier auf hier gewechselt. Warum wechselt der nicht? Ich kann auch nicht speichern. Muss ich irgendwas, hier, ich klicke auf Service. Oder, ne, warte mal. Hier rauf und hier rauf. Hm, macht der nicht. Warum macht der das nicht? Verstehe ich nicht. Egal. Ähm, aber ihr habt gesehen. Normalerweise mache ich irgendwas mit 5 Millionen Schaden. Er macht halt 3,7 Millionen Schaden. Wir gehen einmal kurz raus. Das ist halt kackt. Also, dass das nicht funktioniert, ist ja absoluter Trick. Ja, aber vielleicht bin ich auch einfach nur verloren. Äh, es kann sein, dass ich einfach lost bin. Aber nur... Oh mein Gott, jetzt gehe ich nochmal mit dem 7-Tribod rein. Ich bin halt... Ah, wie kann man denn so dumm sein? Musst du nochmal raus? Sorry. Komplett verloren. Ähm. Ganz schnell meinen Tripod ändern. Äh, wir saven. Hm. Wir wollen eh nur die Cooldown sehen, ja. So, der fliegt ein bisschen langsamer. Aber die Cooldown ist genau 1 zu 1 dieselbe. Ich mache nur, äh, fast 2 Millionen mehr Schaden. So, warum sollte ich... Und ich weiß, dass hier der Damage noch hoch geht, ja. Aber nicht so hoch wie hier, glaube ich. Warte mal, kann ich nachgucken, wie viel Prozent der gibt? Auf Max? Also, wie viel Prozent die beide auf Max geben? Bei dem einen sind es über 50 Prozent oder an die 50 Prozent. Bei dem anderen sind es... Hm, zeigt mir den Meteor. Hm, der gibt mir jetzt 43 Prozent. 50 Prozent ist Max. Bei dem ist es... Äh, 40 Prozent. Also 10 Prozent weniger Schaden. 10 Prozent ist schon sehr, sehr viel, gerade im Late Game. Ob ihr 100 Millionen macht oder 90 Millionen, den Unterschied merkt ihr auf jeden Fall. Vor allem lange, äh, bei selber Cooldown und so weiter und so fort. Deswegen bin ich eher Fan davon, äh, den zu nehmen, ja. Aber ihr könnt es handhaben, wie ihr möchtet. Wenn der schneller fliegen soll bei euch, soll der schneller fliegen. Macht er halt ein bisschen weniger Schaden. So, ähm, darüber hinaus spielen wir Punishing Strike und Punishing Strike. Das Einzige, was wir geändert haben, normalerweise habe ich ja immer den gespielt hier. Ja, den kennt ihr, äh, den ihr kennt ihr. Heia, Lachsalat, ne. Äh, jetzt spielen wir halt den, dass der von oben kommt und ein bisschen mehr Schaden macht. Also wir spielen halt Electric Discharge. Ähm, ja. Wir spielen wieder Mind Enhancement, weniger, äh, Mana Kosten. Wir spielen, äh, Electric Discharge, damit wir, äh, damit bei uns auch, ähm, All Out Attack Progged. Ja, seht ihr gleich. Ah, nein, warte. Hier. All Out Attack Progged. Dadurch machen wir mehr Schaden, was sehr, sehr nice ist, ja. Ja, und dann haben wir natürlich Final Strike, äh, Crit Damage wird erhöht. Ähm, weil wir halt Full Crit spielen. So, das war's im Groben und Ganzen. Der Plan für, äh, für meine junge Dame hier ist, äh, also für mein, für mein gutaussehendes junges Wesen hier, ist, dass wir Full Relic gehen, äh, 1445 als nächstes. Und die bleibt auf 1445 erstmal. Äh, Full Relic gehen mit Albtraumblüte und dann gucken, wie der Damage dann ausfällt und wie, wie das dann wird. Aktuell bin ich sehr zufrieden. Die macht viel, viel mehr Spaß jetzt auf Crit als auf Swiftness. Äh, ich würde auch jedem raten, der Swiftness spielt, nicht diese Tripods zu nehmen, sondern die anderen Tripods zu nehmen. Ähm, alles andere macht keinen Sinn. Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass ihr die Amplification reinnehmt. Ähm, alles andere ist halt einfach Trash, Trash. Äh, macht keinen Sinn, wenn ihr nicht critet, äh, Crit Rate. Ich habe schon gesehen, dass Leute 50-50 spielen. Könnt ihr auch machen. Ähm, bin ich aber kein Fan von. Ich committe lieber auf eins. Ähm, ja. Mehr bleibt es, äh, mehr gibt es zu der Mage nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn ihr Fragen zu der Mage habt. Die spiele ich jetzt ein bisschen öfter mittlerweile. Ähm, dann stellt die bitte unten in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich mein Bild vielleicht noch verbessern kann. Vielleicht andere Tripods, andere, äh, Engravings rein oder so. Äh, dann schreibt das auch bitte gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich wünsche euch einen absolut fantastischen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Video. Tschüssi!